Sie schafft es immer wieder, sie schafft es auch auf ihrer ersten Tournee und da hat sie zwei Freundinnen dazu eingeladen, also drei Freundinnen jetzt unterwegs in Deutschland demnächst. Victor Laszlo ist dabei aus Paris, ihre Spezialität sind Schmuse-Songs, ein bisschen jassige Lieder. Maggie Riley wurde schon erwähnt, Mike Olfitt war ihr Partner bei dem Lied Moonlight Shadow und sie ist die schottische Antwort auf den Blues, auf den dunklen Blues und die drei zusammen jetzt mit dem Lied Engel wie du. Victor Laszlo, Maggie Riley und Juliane Werding. Victor Laszlo, Maggie Riley und Juliane Werding. Victor Laszlo, Maggie Riley und Juliane Werding. Oh sanitärslo, часть CFC säger Chris love & Schuldinen, wir sind in der Kubel-Bchen. Immer in auf den dadoenenenenenenst. Wir sind in der Belém tokens, die Steiben ben은 und dann mit der Erde gehen. Tür Kim inูferte, Bödie usar denuest Um ballen in Gitlas utiliz. Then you have gone, you have gone Engel wie du, sind der Sonne so nah Ein Engel wie du, kommt hier unten nicht klar Angel with you, I will ride on away And my life will begin Und du sagst, komm doch einfach mit Ich hab ein Haus in den Wolken In den Wolken Engel wie du, war du truffer, du sagst Engel wie du, når din Vars i Vars Engel wie du, will ingen immer im Blick Und du sagst, komm doch einfach mit Du sagst, komm doch einfach mit Engel wie du, war du jour dans la lune Und du sagst, komm doch einfach mit Und du sagst, komm doch einfach mit Engel wie du, sind der Sonne so nah Engel wie du, sind der Sonne so nah Die Freundinnen Musik im Dreierpack, drei Engel, demnächst auf Reisen Wann geht's los mit der Tournee? Am 31. Oktober Wo? In Hannover starten wir Toi, toi, toi Harmoniert in den Stimmen hervorragend Seid ihr auch wirkliche Freundinnen? Das sind wir ja, wir besuchen uns auch gegenseitig Und das ist ganz toll Zum ersten Mal jetzt in einem Trio unterwegs, Viktor Wie ist das Gefühl vorher? Das ist sehr interessant, weil wir sind vielleicht drei Engel Aber sehr verschiedene Und wir sind Individuen Und das ist sehr interessant Ich bin auch gespannt, wie das Publikum reagieren wird Und Maggie hat sie vorgenommen, den Wagen zu fahren Und während der Tour, you will drive the car on tour It's true? Yes Sie liebt nämlich deutsche Autobahnen You like the German Autobahn and the highways I do, yes Ah, ja, gut Und ihr wollt mitfahren She likes to drive on the wrong side Ach, sie fährt auf der falschen Seite Na, wollen wir nicht hoffen Sie sind in England einen anderen Verkehr gewohnt Also, toi, toi, toi für eure Tournee Ein sehr interessantes Experiment Und ich kann nur sagen, ihr schafft es Danke Alles Gute für euch Juliane Wedding, Viktor Laszlo, Maggie Royley Euer Applaus, euer Abgang